Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder euer Rainer Ernst. Ich hab was entdeckt, das passt ganz gut zur Causa B, versteht ihr? Diesem Ritter von der traurigen Gestalt. Lena Schilling, der tiefe Fall des grünen Shootingstars. Lena Schilling ist 23 Jahre alt, Spitzenkandidatin der österreichischen Grünen und soll falsche Gerüchte über Fähren und Übergriffe verbreitet haben. Ja, irgendwie kennen wir das doch von den Woken auch gar nicht anders. Ich hab noch nie einen Woken gesehen, der sich, wenn man mal genauer hingeschaut hat, nicht als schäbiger kleiner LügnerInnen herausgestellt hat. Immer diese LügnerInnen, diese HeuchlerInnen, diese Opfer-Erzählungs-ErfinderInnen. Herz statt Hetze, so lautet er, ja genau. Immer diese Weltenverbesserer-Fraktion mit ganz viel moralischer Soße. Und dann sind's die schäbigsten Lügner von allen. 23 Jahre alt, galt als Hoffnungskandidatin, eine junge Frau, Glaubwürdigkeit und Authentizität, ja, nur dass sie ein bisschen viel gelogen hat und sich ihr ganzes Opfer-Narrativ in Wahrheit ausgedacht hat. Und auch irgendwelche hinterhältigen Kampagnen gegen politische Konkurrenz und sonstige Leute geführt hat. Nun aber über Schattenschere vor, wie seht ihr, das sind diese Young Global Leaders, diese intelligenten, handsome, jungen Frauen, die irgendwie klug sind und gebildet und selbsternannte Power-Frauen, aber gleichzeitig haben sie aber auch eine Opfergeschichte und sie haben ja so gelitten im Leben und haben eine Mission, versteht ihr? Sie wollen der Menschheit das Gute bringen. Ja, 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 jetzt seht ihr hier, 50 Personen wurden befragt, versteht ihr? Das heißt also, diese Trolla hat nicht nur einmal irgendwo gelogen, sie ist eine pathologische Lügnerin, die systematisch gelogen hat. Aber auch das ist unter den Wokey sehr weit verbreitet. Deswegen, ganz ehrlich, bin ich auch der Meinung, man sollte nicht mit Woke reden, man sollte über Woke reden. Sie hat das Gerücht verbreitet, eine ehemalige Freundin wurde von ihrem Ehemann geschlagen und habe infolge eines Übergriffs sogar eine Fehlgeburt erlitten. Oh mein Gott. Ja, nur leider hat es nicht gestimmt. Und sie musste sogar eine Unterlassungserklärung unterzeichnen, dass sie diese Story nicht weiter verbreiten darf. Versteht ihr? Wie strunzdumm diese Trolla sind. Das ist genauso wie mit Amber Hart. Die hat doch in der Tat, nach dem Prozess mit Johnny Depp, den sie da hatte, hat sie irgendwie gedacht, sie könnte einfach fortfahren, ihre Story zu erzählen, dass er sie irgendwie vergewaltigt und bedrängt und weiß der Geier, was er alles gemacht hat. Ja, aber Trolla, deine Lügen werden nicht wahr, nur weil du sie oft genug verbreitest. Haben euch Mami und Daddy nicht erklärt, dass Lügen kurze Beine haben, als ihr klein wart? Und das alles ans Sichtkommt, früher oder später. Und wenn irgendwann mal irgendwelche Leute gemerkt haben, dass ihr systematisch lügt und eure Opfer-Narrative in Wahrheit nur erfunden sind, dann würde man jedes Mal ganz genau hingucken. Ja, willkommen in der Welt der toxischen alten weißen Männer. Argumente matters. Wahrheit matters. Moral matter. Opfermasche stinkt. Was haben wir hier? Verbreitete offenbar mehrfach das Gerüchte über Personen. Ah, und seht ihr, das darf natürlich auch nicht fehlen bei so einem grünen Weltschmerz-Opfer. Sie verbreitete mehrfach Gerüchte über Personen, die sie angeblich belästigt haben sollen. Obwohl mir die Woken ständig erzählen, dass Opfer niemals lügen und der Täter immer der Täter ist, nur weil die Opfer sagen, dass er der Täter ist, erlebe ich dann immer wieder solche Fälle, wie, dass eine prominente Frau, versteht ihr, diese Troller, ist ein Vorbild für irgendwelche anderen jungen Troller. Was ist das für ein Scheiß-Vorbild, ich bitte euch. Konnte die nicht irgendwie auf normalem Wege was erreichen, so wie andere Politiker? Muss es immer gleich so eine hochdramatische Weltschmerz-Story sein, und diese ganzen schäbigen Erzählungen drumherum, versteht ihr? Und das, das sind die Leute, die dir erzählen wollen, dass wir irgendjemanden canceln müssen, und die bestimmen wollen, wen wir canceln. Ich schlage vor, wir canceln erstmal nur die und keinen anderen. Dann warten wir ein bisschen ab und wetten, die Welt wird sich innerhalb von ein, zwei Jahren um 500% verbessern, die Pelle von sexueller Belästigung und irgendwelchen Churps und Milfs und weiß der Geier, dieser ganze Bullshit mit diesen ganzen merkwürdigen Akronymen und Abkürzungen, der wird einfach zurückgehen, es wird wundervoll sein, wir werden denken, wir werden im Paradies leben. Warum? Weil die Hoken endlich ihr Maul halten. Ich erwarte nichts anderes zu finden, als irgendwelche schäbigen, wirklich so, so richtig schäbigen Lügen, versteht ihr? Es gibt ja auch irgendwelche Notlügen, es gibt Lügen, die jemanden im Leben ranbringen und so weiter. Aber diese Opfer Lügen, diese Weltschmerzen, und bitte bebekleidet mich, bitte, ich bin der Ärmste, bitte, bitte. Es ist mir doch egal, dass du der Ärmste bist. Halt dein Maulsackgesicht. Ja, ich denke mal, ihr habt verstanden, worauf es denn ausläuft, und ja, macht's gut, liebe Zuschauer. Macht's gut.